Ok, ich geb mal Vollgas. Ich geb grad auch Vollgas, wenn ich gleich wieder drin bin. Noch mehr kann ich meine Grafiken nicht mehr runder machen. Geht nicht. Ich weiß doch nicht, was sich alles ausschaut so. Das kann ich aber nicht sagen. Müsst ihr mal tanken? Nee, ne? Ich bin drin, ich bin wieder drin, aber ich... Oder? Habt ihr? Boah, Benno leckt. Das kann sein. Hebt Gas. Ja, ich hab auf der Minimap vor mir sind so zwei Tankstellen. Da sind wir gerade. Abfallbergstraßebahn, ne? Ja, welche ist das? Ja, da war Treffen. Ach so, da wo es zur Sache geht. Bei den Tankstellen? Ja. Da fahr ich hinten. Da warten wir alle. Ich nehm das dann auch. Wenn wir von der Autobahn, wenn wir von der Autobahn runter jetzt fahren. Ja. Ja. Da treffen wir uns. Also müssen wir vielleicht noch... Ja. Und nach Zürich. Ja, da, 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 da wartest du. Wenn du von der Autobahn runter bist, da wartest du. Dann fahr ich kurz vor. Ja, rechts runter Zürich. Ja. 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 700 Meter noch. Du wirst du vor, wenn du sagst, du willst hinten fahren. Na, ja, dann fahr du das Stück vor. Da, bei den, äh, Serpentin möchte ich vor. Wir halten die Führung. Also ich fordere langsam ruhig. Ja, ja, ich auch, ist ja klar. Wieso? Ja, und? Das, das hier, das finde ich ne schöne Abfahrt, allerdings hier, die, wo wir grad sind. Die schön, ne? Die sind so typisch teuer eigentlich, kann ich sagen. Wer? Die Abfahrten. Ja. Oh fuck ey, Benno. Schon wieder geleckt. Was denn? Kann ich mal irgendwann mit dem Arsch wecken. Und nicht immer ab vorne am AKW. Warte mal. Ja, dass ich falsch gefahren bin. Äh, ich denke, wir waren auf dem Spiegel. Wie du bist falsch gefahren? Ja, ich dachte, ich bin falsch. Ah. Jawohl, Benno. Also bis jetzt sind wir halt, jetzt am Samstag war ja heute halt. Also ne, das ist so ein Grenzgesang. Samstag geht Sonntag. Ah, ja, das... Ja, und dann... Ja, Jonas und dann da runter, ne? Die Autobahn, ne? Wie willst du hier bei der Spiegel auch mal VTC? Äh, warte mal, muss ich zu dir jetzt, oder? Boah, das wird jetzt geil. Boah, das wird jetzt geil. Warte mal, warte mal, Marci, warte mal. Ich bin nicht online. War bist du online? Ich bin hier gekickt. War bist du online? Ich bin hier gekickt. Okay. Ich weiß nur, ne, vielleicht muss ich mal ein paar Vernunft mal sehen, dass er das für die Appellen ein bisschen später stellen muss. Ja. Wir müssen eine Mordstelle passieren, ne? Ja. Okay. Da in Italien. Oh, die Kurven sieht witzig aus. Ja, warum? Da kommt man ja einmal rechts vorbei und einmal links vorbei. Ja. Ich bin nicht so lang gefahren, sonst will ich da lang fahren, wo ich nicht gefahren bin. Ich bin einfach. Flyover, ne. Flyover, ne. Flyover, ne. Flyover, ne. Und jetzt bin ich grad von der Ausfahrt. Kann er sich nicht. Also, da kommt... Kann er sich nicht belegen. Kann er sich nicht belegen. Biegt ihr da ab, oder fahrt ihr da gerade aus? Ich glaube, ich biege da aus, fann mal ab. Boah, die, 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 die Kurven sind ja epic, Alter. Die sind ja krank. Die sind ja krank. Boah, die sind ja krank, die Kurven. Boah, die sind ja krank, die Kurven. Schön da durch den Berg durch. Blau Asgard, ja, okay. Da geht's hier nochmal hoch. Ich bin jetzt wohl von der Autobahn unten. Ach, du heilige Scheiße. Das wird noch lange dauern, bis wir da durch sind, ey. Durch die Kurven? Ja, durch die ganzen Kurven. Aber der hat echt Power. So, da bist du auch gleich durch. Oh, da ist auch gleich durch. Boah, da ist eine richtig miese... Da ist eine richtig miese enge Abfahrt. Warum guckst du denn jetzt schon? Warum soll ich nicht gucken? Ich hab halt Spaß daran. Also, die das gar nicht machen wollen, dass ich die... Da bin, wir sind, äh, rechts von Zürich. Die Landstraße und, äh, Richtung Milano. Ja. Wohl, da ist ein heißer Freund. Seid ihr schon auf der Kurven? Ne, ne, wir wurden noch. Nach der Autobahn auffahren muss ja... Nach der Autobahn auffahren muss ja... Du musst die Autobahn... Autobahn auffahren... Da kommt so eine Tankstelle kurz davor. Achso, pass mal. Ja. Vor allem, ich frag euch... Nebendran seid ihr. Ja... Ähm... Tja... Tja... Ähm... 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 Tja... Ja... Ich möchte fahren. Auf wen müssen wir warten? Auf mich noch. Auf Pete. Gleich... Ich bin jetzt bei der Tankstelle. Wo bist du? Ich bin jetzt auf der Tankstelle aus Richtung Zürich. Ach, du heilige. Da, ja. Achso, da... Ach, da. Ja, dann... Dann ist ja alles gut. Ja, dann, äh, Jonas, fahr vor, ja? Ja, bitte. Fahr, Skanya hab ich. Was? Fahr bitte vor. Ich hab'n Lounge, ja. ich war hinten ja weiß ich nicht wo du fahren willst ich habe berichte da habe ich in meinem bau war ich überlege gerade ob ich vor oder hinten vorne oder hinten fahr ich bin ja gut da ich komme ich war hin aber ich war hinten passt schon den erfährt geht ein fahrt mal wir können schon warte 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 ich bin auf dem radar schon links ab boah alter was ist bei dem kaputt und wenn ich mit vollgas aber klar naja wenn ich mit vollgas war naja das ding war in der beckung aber fahrt fahrt irgendwie diese wie sollen uns einige müssen wir gucken wie die kurven sind ich bin einmal schnell drüber gestartet sie mich da ja das sind auch mehr boah das sind manche eng stellen er diesen ließ er oder wirst du aber euro also ist noch niemand hier aber aber ganz aber könnt ihr wirklich bitte eure rundum leuchten ausmachen wenn ihr die an habt ja bitte ich habe meine aus voll und fährt gerade aus eine tankstelle noch falls jemand ja ich für ich glaube ich tanke lieber noch obwohl 900 was jetzt nein 900 kilometer schnellen schuss war bevor spannend wird normalerweise sollte ich auch dann glaube ich kann ja später das reicht noch für 441 kilo also mit Skania brauche ich 624 1 60 Liter ich kann noch mal ein bisschen ich habe jetzt anzeigen nicht ab aber ich habe jetzt 10 Liter gekauft ich fahre auch ein Ich kann meine Anzeige nicht ablesen. Warum? Welche? Weil ich meine Grafik so schlecht habe, damit ich nicht ganz so schnell gekippt werde. Du hast trotzdem Ping von 411. Ach nee. Ich habe viel flüssiger mit dem. Ich habe 87. Ey, das ist bei mir kaputt, ey. Ich komme auch. Ja, 75. Auch auf, weil du nimmst auf. Ja. Geh mal dann los, oder? Ja, komm. Ich brauche nicht tanken. Dann geht es jetzt los, das Abenteuer. Hoffe ich doch. Ach ja, ich stelle euch nicht so an. Toll, sehr viel. Wie schnell wird hier gefallen? Nicht 60. 50. 50, 40. 80 ist erlaubt, also. Attacke. Wir tanken, wir halten uns an die Geschwindigkeitsregeln. Ja, 80 ist erlaubt. Ja, 80 ist erlaubt. Ja, 80 ist erlaubt. Ja, 80 ist erlaubt. Ja, das ist aber gut. Ich spiege jetzt hier ab, weil ich cool bin. Ja. Tschüss. Viel Spaß. Ja. Hier voll was. Der Benno folgt mehr. Oh, bravo. Ja, ich spiege auch. Ich spiege auch. Ich spiege auch. Ich spiege auch. Ich glaube, da ist Masi schon nach Hause. Ich bin ausgeschmert. Masi schon längst vorbei. Ne. Ich fahr. Ich fahr hier mit Vollgas durch die Kurve. Ich weiß nicht, was ihr habt. Ach so. Gut, breit genug. Ja, eh, die sind breit genug für 90. Ich stelle doch alles so an. Ich fahr hier mit 70. Nein, nein, gleich. Warte, fahr mal langsamer. ich habe von meinem lenkrad irgendwas verloren verdammt er diese feststehung von dem schalke die ich die schraube in der mitte unten ist abgefallen ich mach die grad wieder fest war rausgeschraubt ist ja klar so ihr sollt aber nicht so schnell fahren bitte ja ich möchte sehen wie ihr hierher fahrt nicht sich da kann ich auch gleich vorne fahren ich fahr jetzt hier schön in der achten sicht ich fahr ich fahr doch nicht in der achten sicht ich fahr doch nicht in der achten sicht hoch ich fahr 77 km also es ist vorigem sind die kurven ja jetzt wirklich nicht noch nicht noch lange nicht mehr fahren kann man die abkürzen ja überhaupt die da unten wird vielleicht ein bisschen kniffliger die bei der und ich wäre es da könnt ihr noch mal warten bitte das wäre noch mal das so bitte das geht runter oder das wäre noch mal geil Masi bitte ich will irgendwann mal hau die Frachtweg kriegen ey ja ist okay aber bitte noch einmal nur für mich ich fahrt 70 das ist ausrollen das ist mal ausrollen und ich hab 80 drauf oh ihr seid doch bekloppt ey das alles alles am besten oh scheiße mein Sprit lang doch nicht mehr ja ich sag's dir 3,5 Kilometer habe ich noch boah ich versuche jetzt in der Spur zu bleiben wir mussten du musst einfach den Gang dünnen lassen du musst aber keinen Gas geben weil dann hast du einen Sprit verbraucht nur niedern auch wenn der Gang raus nimmst du Tödel ja da ist noch wenig gut ich sage ich da das sind tolle Straßen ja ich war hinter Berg hoch da geht's berg runter ja dann warte mal Masi bitte ich möchte mal ein Foto machen komm gib Gas ich fahr hier gerade musst du ihr seid gar nicht mehr in meinem Radar ja knall auf mich drauf mach dein Motor aus ich? ne deine Mami so da komm ich oh das ist aber komisch ist komisch spurig hier so eng komisch spurig komisch spurig ich fahr jemand von der ist so ok boah wir fahren hier gerade 90 sogar m das nur Kurve ich fahrgabend 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 wir sind bekloppt weil alle zu schnell fahren er steht direkt an der Kurve hier kann ein bisschen haben drauf wo genau bist du denn gerade? da bei diesem Zaun bei dem Zaun? Zaun? hast du eine scharfe Esko? boah hier sind überall solche scharfen Esko du bist schon durch den Tunnel rein durch den Tunnel durch den Tunnel ach da bist du oh da müssen wir noch ganz kurz wo seid ihr schon wieder? 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 wo seid ihr schon wieder?